moin der bitcoin beobachter ist wieder da wir sehen hier die kursverlaufskurve der letzten zehn tage wie man sieht tut sich da nicht viel wir haben ja seit einigen tagen eine seitwärtsbewegung und es gab jetzt anhand dieser werkzeuge die ich habe abgelesen war so in die vergangenheit geguckt hier einen schönen abwärtstrend tatsächlich der sich eine lange zeit gehalten hat und jetzt sind wir in einem leichten aufwärtstrend die letzten tage der hier sich aber schon fast wieder so in richtung abwärtstrend umkehren könnte sollte müsste dann hier wieder aufwärts geht also es wird weiter um die 21.000 dollar gekämpft ich gehe mal ein bisschen weiter in die zeit rein hier sehen wir die letzten tage da ist noch mal deutlich erkennbar hier ist der aufwärtstrend zu sehen der sich dann ab hier in den abwärtstrend umkehrt und jetzt haben wir gerade wieder den aufwärtstrend es besteht also eine chance dass der preis wieder auf 21.000 dollar kommen könnte aber es sieht wirklich nicht gut aus ich vermute mal fast das wird die nächste zeit noch so ein bisschen so weitergehen denn insgesamt ist es schwierig wir haben jetzt einen preis von 20.600 dollar das ist ein plus von 1,5 prozent in etwa auf den tag in euro sind es 19.514 auf die woche minus 8,4 prozent und auf den monat minus 30 prozent derzeit schlechte zeiten das müsste doch mal der preis langsam wieder nach oben gehen wäre jedenfalls gut denn mittlerweile müssen bitcoin miner ihre bitcoin bestände schon etwas in größerem stil verkaufen da berichtet jetzt die btcecho.de webseite darüber dass ja anfang des jahres wurden noch 20 bis 40 prozent der neu geschifften coins von den minern verkauft und mittlerweile sind sie bei 100 prozent angekommen die verkauft werden heißt da werden also große bitcoin bestände verkauft das drückt natürlich den preis auch ein bisschen nach unten bzw macht es schwer dass der preis wieder nach oben geht das liegt wohl auch an diesen gestiegenen energiepreisen aber natürlich auch wenn der bitcoin weniger wert ist muss man natürlich mehr verkaufen wenn man das gleiche geld dafür haben will da bleibt so ein bisschen abzuwarten wie das weitergeht das mining an sich wird natürlich nicht aussterben deswegen natürlich werden aber möglicherweise wenn das so weitergeht einige miner aufgeben müssen jedoch gibt es natürlich immer irgendwo welche die besonders günstige energiepreise vielleicht kaufen können die dann das glück haben zu überleben es wird also weitergehen davon gehe ich mal aus und ich glaube fest daran dass wir auch bessere zeiten wieder erleben werden aber natürlich denkt daran dass es keine anlageberatung ob es mit dem bitcoin tatsächlich ins plus langfristig gehen wird das weiß ich nicht man kann aber darauf hoffen dass bald wieder die 30.000 dollar erreicht werden in den nächsten monaten vielleicht im herbst vielleicht zum jahreswechsel vielleicht auch schon eher das bleibt abzuwarten ich werde dieses weiter beobachten und weiter darüber berichten und wünsche einen schönen tag noch auf wiedersehen bis zu meinem nächsten video